Bevor es losgeht, vielen Dank an alle Spender der jüngsten Vergangenheit und Unterstützer von MeinKirchhain, die diesen unentgeltlich entstandenen Filmbeitrag für euch mit ermöglicht haben. Mehr dazu in der Videobeschreibung und Film ab! So, dieser liebreitende Chor, der gerade sich hier in die Ecke drückt, weil sie noch ganz doll schüchtern sind, die proben immer montags und ich freue mich, dass wir jetzt auch einen gemixten Chor haben, das heißt, es ist Mittelschule, Gymnasium, gemixt, jegliches Alter. Wir haben eigentlich auch Jungs, nur leider sind die heute krank und auch noch eine Sängerin ist krank, deswegen machen wir heute ein paar Umstellungen. Aber, wenn Sie noch singenbegeisterte Kinder übrig haben, die vielleicht sagen, Mensch, ich kann schon Blasinstrumenten, mach Judo, Karate, aber singen fehlt mir noch, die dürfen gern montags hier zu diesen wunderbaren Schnuckis dazukommen und ganz, ganz, ganz stark mitsingen und was wir jetzt gleich singen werden, das verrate nicht ich, sondern unsere Liebe Aileen. Als nächstes singen wir für euch, You're Nobody Till Somebody Loves You von James Arthur und wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Don't you stop me, I will get what's coming to me. I am ready, yes, I will be somebody. Don't you stop me, I will get what's coming to me. I am ready, yes, I will be somebody. Don't you stop me, I will get what's coming to me. Don't you stop me, I will get what's coming to me. Don't you stop me, I will get what's coming to me. Jetzt spielen wir ein Lied, was viele bestimmt von Ihnen kennen und lieben, Perfect von Ed Sheeran. Viel Spaß. Ja, damit die Muttis heute Abend noch ein ruhiges Gefühl haben. Ja, damit die Muttis heute Abend noch ein Lied. Ja, damit die Muttis heute Abend noch ein Lied. Ja, damit die Muttis heute Abend noch ein Lied. Ja, damit die Muttis heute Abend noch ein Lied. Musik 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 Amen. He looks perfect and don't deserve him to look perfect tonight. Thank you.